So nannte Prinz Philipp Herzogin Meghan hinter ihrem Rücken Prinz Philipp, Kreuz 99, soll gegenüber Herzogin Meghan, 42, stets misstrauisch gewesen sein. Einer der wenigen, der sich davor hütete, Meghans Schamoffensive zu erliegen, war Prinz Philipp, berichtet Ades-Expertin Ingrid Seward laut GB News. Der Gatte der Königin entdeckte einige Parallelen zur einstigen Herzogin von Windsor, Wallace Simpson, Kreuz 87, der Frau, für die Queen Elizabeths, Kreuz 96, Onkelkönig Edward, Kreuz 77, später auf den Thron verzichtete. Schließlich waren beide geschiedene Amerikanerinnen, die in die königliche Familie einheirateten. Ingrid erklärt, es gibt so viele Ähnlichkeiten, deshalb nannte er sie die Duchess of Windsor oder kurz Dow, aber natürlich nicht von Angesicht zu Angesicht. Der Spitzname sei jedoch keineswegs abfällig gemeint gewesen. Ich denke, Prinz Philipp war sehr schlau im Umgang mit Menschen. Er sah nicht immer das Schlechte, er versuchte, das Gute in ihnen zu sehen, beschreibt die Ades-Expertin. Dennoch empfand er Meghan angeblich als störende Kraft innerhalb der königlichen Familie. Seine Ehefrau Elizabeth hingegen soll stets wohlwollend geblieben sein und große Hoffnungen für die einstige Suits-Darstellerin gehegt haben. Auch heute dürfte Philipp mit dem Verhalten seines Enkels Prinz Harry, 39 und dessen Gattin nicht gerade glücklich sein. Kürzlich änderten Harry und Meghan auf ihrer Webseite den Namen ihrer Kids von Mountbattenwinsor in Sussex und brachen somit einer 64 Jahre alten Tradition, für die der Prinzgemahl sich eingesetzt hatte. Wie traurig, dass Harry nur drei Generationen später die Wünsche seines Großvaters so eklatant missachtet und den Familiennamen, für den Philipp gekämpft hat, praktisch aufgibt, schimpfte Ingrid gegenüber Daily Mail. Wie traurig, dass Harry Gattin angeht.